Herzlich Willkommen zum spookiesten November den es jemals gegeben hat und zwar mit Hühnchen und wir spielen heute Shiki Shoes Version 1.spooky.1 das Halloween Event und ich bin nicht alleine sondern ich habe hier neun wunderbaren Menschen dabei und zwar den den C-Tornout genau der war ja so erfolgreich mit meinem letzten Video ne 114 Aufrufe ich bedanke mich dafür und ja ich bin Schick Magritte ja 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 so auf jeden Fall Welcome to Yoshiki Farm there is a lot to running a good ranch so we have put together a short training program for new rangers das aha mein englisch is very bad also sehr sehr schlecht aber but let's start by naming your farm äh wie nennen wir denn unsere Farm Zito ähm äh 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 eulennest bin ich auch hä man kann nicht großschreiben das ist ja hier bitte Eulennest so leider das ist aber echt ein bisschen komischer Labe muss ich sagen echt wieso das denn na weiß ich nicht ja wie sollen wir es denn dann nennen ähm komm Daylight ok Daylight hört sich gut an ja okay set äh oh Gott ich kann dieses Wort hier aussprechen ne sure warum sure oder so Taylor was wo s u r e sure sure is a name yeah but hey if you ever want to change it just click your sign also dann wenn wir es ändern wollen dann können wir es ändern wenn wir draufklicken ja ich glaube die meisten können englisch im Gegensatz zu dir das ist deine Farm es ist noch nicht viel zur Zeit aber das wird sich mit der Zeit ändern und es liegt alles in deiner Hand so ja blablabla so okay jetzt erklärt er mir hier so paar Sachen use the right mouse button to rotate the camera ah guck oh cool man kann es sehen ich weiß nur noch nicht was das verbringen soll weil hier ist nicht viel okay okay you can use your scroll well to zoom in and out of your farm okay so oh es gibt ein shop mode okay so let's get started click on the Shiki shop Shiki ja you can buy a lot of cool stuff in the Shiki shop but let's start with the essentials for now so oh come wir kaufen uns hallo ich will das kaufen eh just like you don't yeah now they need food water and shaker so let's start out by buying a coop ja wollt ich doch kaufen ich muss continue drücken also jetzt äh stell mir hier oben hin hä ich werd was muss ich drücken ich werd das nicht continue ja was ist denn continue äh was ist das denn für ne taste continue ja du bei exx ja toll das zoller zeichen ist dahinter man so so ja wunderschöner platz ne so small feeder ach scheiße ja geil ne das wird natürlich ne schöne Farbe hier das muss ich ja schon mal sagen ne dich dich tu ich jetzt mal unten hin so hier bitte okay so jetzt können wir den ausbrüter bauen okay äh was ah hier hey kommt der nicht normalerweise hier rein nein okay das spiel ist halt ein besonderes spiel kann ich so achso man das ist irgendwie eine kammer als bild verschieben ne was ich so eben rausgefunden hab okay jetzt let's get cracking okay wait no cracking let's not crack anything just let's get incubating okay you can select any of the objects you have placed in your farm tap on the incubator 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 ja ach man ey so oh jetzt hab ich ihn eingekauft ne hab ich noch nicht oh jetzt continue ne so ja ich möchte ihn eingekaufen danke habe ich jetzt hallo ha ha oh wie süß ha 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 ja cool willkommen mein dein 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 ist aber k ja du bist ja hier begeistert look at the cheeky look at the cheeky being all cheeky and such let's give dangerous some balls get incubating get incubating get incubating hallo ich will ja auf der südchen klicken ach man jetzt muss ich die kamera eier halt eier halt ok also im shop nein ja einkaufen ja ach das dauert ja 15 sekunden sowas aber auch was ist das hier ach ich kann doch nichts back what you chickens are starting to get a bit unhappy let's buy some something fun head back to the cheeky shop ja und dann tap the cheeky shop title to head back what head back fun stuff ah hier wow cool fun stuff irgendwie was ich krieg ne bang achso ich kann es auch noch machen ok alter so ja ja super gemacht ja super gemacht und 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 geh los такие auch und 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 du du musst anfassen werden ich weiß überhaupt nicht wie viele jetzt haben wir endlich ich hab so viel geld woher kommt das ich musste raus weg mit ihr verschwinden schlafen oder brauchst du noch eine hütte super hühnchen du schaffst du musst das zwar alles allein machen aber du schaffst das schon ich zerstöre hier gerade deine freunde ich weiß nur noch nicht hundertprozentig was das dir bringen soll auf gott sind das viele wie lange dauert das die scheiße ich bin reich ich bin reich oh mein gott wir kaufen einen stahl besser mich nicht wie viele hier rein passen oder muss ich das abkühlen warte ich guck mal ach dann komm mal raus wie verkostet das noch mal so komm so das haben wir jetzt ganz schön level 4 coolen chickens max chickens 11 ah 11 stück cool ok ach unser nächstes chicken ist schon da was wird es sein es ist amy oder amy oh gott ich muss hier auffütteln sorry leute hab ich vergessen da muss ich wahrscheinlich auch das wasser hier auffüllen ja so ach cito ne ich muss sagen dankeschön dass du mir das spiel hier vorgestellt hast das ist gar nicht so scheiße es macht mir tatsächlich schuld naja ja wir mal nicht die spiele natürlich so das habe ich jetzt auch noch geupdatet keine ahnung was das macht so ja leute ich würde sagen das oh warte was ist hier denn noch legende äh oh ich habe ein legendes ding hier oh captain hoon cito captain hoon ist da ach geil ja leute ich würde sagen das war der erste part von diesem wunderbaren spiel äh cito wie heißt das spiel nochmal schick 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 schicks schicks ein bisschen abgehakt ist das passiert momentan weil ne ihr wisst ja ja meine videos sind immer toll und schreibt bitte nicht in den kommentaren dass wir den sprachfehler haben Den haben wir nicht. So, ja, und mit den Worten verabschiede ich mich. Bis dann, eure Eulenfreunde. Ja, tschüss. Oh, nee, Alter. Sag du auch tschüss. Tschüss.